Die Burundische Fußballnationalmannschaft untersteht dem Nationalen Fußballverband Federation de Football du Burundi. Sie konnte sich noch nie für eine Weltmeisterschaftsendrunde qualifizieren, nahm allerdings auch erst zweimal an der Qualifikation teil. Turniere In ihrem ersten Heimspiel in der Geschichte der WM-Qualifikation am 25. Oktober 1992 gelang der Burundische Nationalmannschaft ein sensationeller 1-0-Sieg über Ghana. Das kurz zuvor bei den Olympischen Spielen in Barcelona als erste afrikanische Mannschaft eine Medaille im Fußball gewonnen hatte. 1950 bis 1990 nicht teilgenommen. 1994 nicht qualifiziert. 1998 zurückgezogen während der Qualifikation. 2002 zurückgezogen. 2010 bis 2018 nicht qualifiziert. Afrikameisterschaft 1957 bis 1974 nicht teilgenommen. 1976 nicht qualifiziert. 1978 nicht teilgenommen. 1980 zurückgezogen. 1982 bis 1992 nicht teilgenommen. 1994 nicht qualifiziert. 1996 nicht teilgenommen. 1998 zurückgezogen. 2000 bis 2017 nicht qualifiziert. Afrikanische Nationenmeisterschaft 2009 nicht qualifiziert. 2011 nicht qualifiziert. 2014 Vorrunde. Ost-Mittel-Afrika-Meisterschaft 1973 bis 1996 nicht teilgenommen. 1999 Vierter. 2000 Vorrunde. 2001 Viertelfinale. 2002 Vorrunde. 2003 zurückgezogen. 2004 Zweiter. 2005 Vorrunde. 2006 Viertelfinale. 2007 Vierter. 2008 Vierter. 2009 Vorrunde. 2010 Vorrunde. 2011 Viertelfinale. 2012 Viertelfinale. Siehe auch. Burundi-Chef Fußball-Nationalmannschaft. 2012 Viertelfinale. 2012 Viertelfinale. 2012 Viertelfinale. 2012 Viertelfinale. 2012 Viertelfinale.